Diese Maske hiebt, tiefe Faden und lüse Haut am Haar schnell zu entfernen. Ihr Haar ist ein sehr fadenanfälliger Bereich, insbesondere wenn Sie ihn in Ihrer täglichen Haarflehrer häufig vernachlässigen. Wenn Faden am Haar nicht entfernt werden, wird Ihre Haarshaut im Laufe der Zeit locker und Sie sehen älter aus als Sie sind, was tun, um Faden am Haar zu entfernen und junge Haut zu bekommen? In diesem Video teilen wir Ihnen ein Rezept für eine wildsame Anti-Aging Gesichtsmaske zu Hause mit. Mit dieser Maske wird Ihre Nackenhaut auf natürliche Weise gestärbt und weit und geschmeidig. Verwenden Sie Ärzte und Sie werden viel jünger aussehen. Um diese Maske zu erstellen, benötigen Sie drei Komponenten. Das Ärzte sind Bananen, eine reife Banane vorbereiten und sälen. Für eine Bananenzahle können Sie einige Minuten lang auf Ihrem Nacken reiben, bis die Innenseite der Haut brau wird, was hiebt, wodurch Ihre Nackenhaut gestärbt wird, nach dem Sälen die Bananen in kleine Stücke schneiden und in eine Schütze geben. Verwenden Sie dann einen Lofau und zertrücken Sie die Bananen, bis alle Klummen gelähtet sind. Bananen erhöhen die Kollagenproduktion und sind ein natürlicher Botox gegen Faden, in besonderen tieferen Faden. Das Auftragen einer Maske aus sekretten reifen Bananen verjüngt Ihre Haut und Beutfaden und lose Haut am Haar voll. Diese liegt daran, dass die darin enthartenen Vitamine A, B, C, E und Kalium, die es enthält, die Haut von Ihnen nähern können. Wenn sich die Banane wie eine weiße Kreme anfühlt, mixen Sie sie mit Honig. Honig bekämpft durch seine antioxidativen Eigenschaften Schäden durch Freivadikale und es ist wirklich gutartig, Ihre Nackenhaut Feuchtigkeit zu spenden. Wodurch Ihre Haut geglättet und geschmeidet wird, Eisteelöffel Honig in eine Schütze mit zertrückten Bananen geben. Zum Schluss alles mit Haferflocken kombinieren. Haferflocken sind mit Antioxidatien beladen, die bei der Bekämpfung von Seelsäden helfen. Es reduziert Faden und lose Haut im Nacken erheblich. Darüber hinaus wirkt Haferflocken als Naturli-Set-Reinigungs- und Peerling-Mister, in dem abgestorbene Hauptseelen entfernt werden, um eine glattere und stahlende Haut zu erharten. Zwei Teelöffel Haferflocken in die Schütze geben. Vervollständigen Sie diese Maske, indem Sie alle Zutaten in der Schütze mixen, bis Sie eine glatte Mixung haben. So verwenden Sie diese Maske, um Faden und Lose am Haar zu entfernen. Trenigen Sie Ihren Haars mit Wasser. Verwenden Sie dann Ihre Hände, um diese Maske auch Ihren Haars auszutragen. Sie sollten den gesamten Haars bedecken und Samt im Bereich mit Tiefenfaden amassieren. Von 10 bis 20 Minuten auf der Maske belasten. Während dieser Zahl beruhigen und pflegen die Nährstoffe in der Maske Ihrer Haut. Nach dieser Zahl spülen Sie die Mixung mit warmen Wasser. Wenn Sie fertig sind, spüßen Ihren Haars mit kaltem Wasser, um Ihre Poren zu verringen. Klopfen Sie Ihren Haars mit einem sauberen, weißen Tuch trocken. Verwenden Sie diese Maske 2 bis 3 Mal pro Woche, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, geben Sie Daumen hoch und rein Sie atmen mit Ihren Freunden. Wenn Sie weitere Rezepte und Tippen möchten, abonnieren Sie den Kanal.